Was ist der erste Eindruck? Hauptsächlich reparieren wir mit dem Beruf Unfallschäden. Ausbeulen, Kunststoffreparatur, Schweiss, solche Dinge. Was ist der erste Eindruck? Ich war sicher als Team, wir waren recht offen, lustig. Ich habe auch gemerkt, du machst nicht nur Lehrlingsarbeit, Schnupperarbeit, aufräumen, putzen. Das machst du auch nicht. Du hast wirklich etwas in die Hand nehmen, hämmeln, ausbeulen. Du hast es ausprobieren können. Das hat es mir recht frei gemacht. Wenn du dich für dich interessierst, dann solltest du Interesse an den Autos haben. Interesse, mal dreckige Hände zu haben. Interesse über das Ausbeulen, die Technik, um ein neues zu lernen. Was mich Schuss macht, ist, wenn ich das Auto repariere, dass ich den Arbeitsschritt, zum Beispiel A bis Z, selber machen kann. Dann denke ich am Ende des Tages, sehe ich immer, was ich gemacht habe und da bin ich Schuss darauf. Sonst auf der Nacht. Beautiful, gueule! Das ist mir egal, ob���bar. Du bist jetzt auf die Menschen mit Schuss. Du bist jetzt hin, weil du sagen kannst. Es ist mir egal, dass duirseig zu sein und das. Das ist mir egal.